Ja, oder ich glaube, das ist wieder falsch. Ja, was will man denn, warum will man denn da zurückkommen? Ich glaube, wenn ich nicht so vorbei ist, ist es halt. Oder vielleicht zum Escapen, vielleicht macht er irgendwas bumm, keine Ahnung. Finde ich schon nicht schlecht. Nicht early. Ich finde es auch geil, dass man einfach die Schiffe im Hintergrund weiter sieht. Ja, das stimmt. Aber das zieht schon. So ein Weltraum, Digga, das Sound ist komplett anders. So, mal gucken. Hier war ja nix. Okay, öffnen. Wartet mit, bis er zu Ende geredet hat. Hm, warte mal. Und die Dinger sind ja wieder da. Direkt. Hast du die Dunkelheitsoll drin? Äh, hab ich gerade das reingefallen, das ist so los. Hm. Ja, wollte ich ja nicht auch machen, lass mal reingehen. Wie weit seid ihr? Okay, habt ihr eine Idee wie man durchkommt? Ja, ihr müsst euch an die Sporen stellen, wie bei Leviathan. Ah. Ehre, okay, bin wieder oben. Okay, hier geht's nicht weiter. Wie könnte es denn hier weitergehen? Oben? Oben? Oben fehlt da nicht? Ja, oben. Nee, doch nicht, oder? Keine Ahnung. Doch, oben. Okay. Okay, hier ist zu Ende. Natürlich. Da wird der gleiche Weg wieder. In der Richtung. Ah. Okay, Titan. Ich geh mal links rum. Geh mal gleiche weg. Ach du Scheiße. Da hinten links gibt's auch einen Weg. Hier ist auch ein Weg. Okay. Ah. Guck mal an. Boah. Digga, was für Level sind denn die, wenn die rot sind bei mir? Bart. Ich bin 1311 Spiel. Hm. those of you. so wieder da dann musst du bestimmt auch die andere seite oder bestimmt gleichzeitig oder so eine spore geht er und ist der tod hier sind schworen was ich da da sind auch wieder spuren fürs zurückgehen jetzt so ein hebel weil nämlich da hinten da da ist ein hebel aber da ist auch elektro kacke vor und eine glascheibe kann ich hinter hier so 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 Wir müssen einen Ausgang finden. Hier. Ne, doch nicht. Hier geht nur was kaputt. Ich will nicht sterben, Henki. Als ob man wirklich zerquetscht wird, alter. Digga, ist das geil. Schon witzig. Ja. Einfach aus Saw angelehnt. Weil du musst einfach runterspringen, damit das Ding aktiviert. Okay, der Boden ist zu. Wenn wir das aktivieren, ja, dann geht's an. Dann passiert der ganze Schuss. Und dann kommen die Wände. Vielleicht, man konnte ja so Gitter am Boden zerstören, ne? Genau, und dabei kommt ja auch, dass das Ding hat, um die ganze Zeit zu schützen kann. War ein paar Wände. Jo, Mama. Hier, das Ding leuchtet hier auf jeden Fall. Das heißt, das ist, glaube ich... Ah, hier ist ein Blaues. Aber wir müssen wahrscheinlich die ganzen Dinger schießen, gucken, wo Blaues ist. Yo, hier. Ein Blaues. Ich habe zwei. Hier, die Tür ist offen. Hier, bei mir. Ah, wir wollen. Okay, wir sind auf jeden Fall hier safe. Hier kann man noch lang gehen, ne? Hier, da hinten in der Ecke. Hier geht's weiter, hier geht's runter. Meine Frau hat mich gerade angeschrieben. Ah, ja, moin. Ja, die sind alle rot. Ja, Digga, das hat manche auf einmal gemacht. Auf einmal ist es schwierig gemacht, oder wie? Kenne ich ja nicht von denen. Das hört zu mir halt nicht viel aus, aber ich auch nicht. Oh, ihr habt den auch schon mal ein bisschen ausprobiert. Der ist nice. Mhm. Das ist doch der gleiche Raum wie bei dem Strike, wo wir durchgegangen sind. Nur in Dunkel. Hier müsste der Strike anfangen. Jo. Hier waren die auch im Twitch-Video. Äh, Stream. Oh, das sieht aber genauso aus, aber ist doch ganz anders. Ja, die sind ja irgendwo im Weltall. Einfach nur Kopie. Einfach kopiert, Digga. Geht da nicht. Oh, moin, Uga. Oh, das ist so groß. Oh, das ist so groß. Vielen Dank. Vielen Dank. Kann man das anschießen? Nee. Park mal hier draußen. Ja. Wir müssen hier draußen. Weißt du irgendwas? Nee. Ich hab auch nur da ... Aber das ist doch eine Tür ... Ein Fenster oder so, oder? Nee. Doch nicht. Da links ist ... Da ist wieder so eine Tür, die aufgeht durch irgendwas ... Bestimmt wieder Ja. Als wir da runtergefallen sind bei den komischen ... Ja. Nee. Da hab ich nicht drauf geachtet. Und ich hab mein Geist gar nicht da rausgeholt. Ja. 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 Da muss ich irgendwo was zum zerstören sein. Oder ein Hebel. Hier liegt ein toter Fanatiker. Ja. Natürlich. Hier ist ja so ein blaues Tablet, aber es leuchtet nicht. Wahrscheinlich da oben drauf. Kommst du da hoch? Nee. Da ist nix. Hm. Das Ding darf nicht weiter als 15 Sekunden entfernt sein. Hier ist ein Hebel wie Blindfische. Ah. Bist du da? Ja. Ah. Ich weiß nicht. Oh. 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 Das Ding darf nicht drauf. Mensch. Ah. Hier sind ja Sprenger. Wieder so ein komisches Elektronetz. Hier ist wieder ein Hebel. Okay. Durch den Hebel ist irgendeine Tür. Da hinten war ne Tür. Irgendwo war ne Tür. Hier ist ne Tür. Aber die ist nicht offen. Okay. Da. Geht die jetzt auf? Nee. Ja. Es pritzt zumindest. Es war kurz weg. Ja. Es ist kurz weg. Guck mal. Bleib mal da oben. Ich schieß noch ab. Ich habe abgeschossen. Das Nebel öffnet. Ja. Hier unten ist auch ne Tür. Die ist offen. Achso. Das ist offen. Das ist bestimmt das erste Ding war hier und das zweite war, dass du da oben. Ja. Also der Shit ist zu zweit möglich. Tür. Und wieder Gegner. Und für kontaktiere Destiny Server. Anscheinend nicht. Ich weiß nicht was passiert ist aber ich bin da runter gefallen und dann war schon mal tot. Ja. Das ist bestimmt ne Falle. Ja. Ich will aber auch nicht da runter. Weil da sieht so aus als könnte man da landen. so aus. Ich kann auch hier drauf und dann. Ja. Du wirst nach unten gesogen. Okay. Weil ich dachte ich werde teilen. Ich könnte nämlich überleben aber. Da habe ich einen Hebel aktiviert. Rechts von dir. Ja. Sonst. Aber da unten gehts weiter. Okay. Ja. Dann muss. Da habe ich mit dem Hebel bestimmt wieder so ne Tür geöffnet. Ja. Da gibt es kaputt. Ja. Hier bei mir. Ich habe es nicht bekommen. Frisch. Du aber ne. Ja. 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 Zwei. 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 Falsch. Zwei. Okay. Glück ne. Und wieder falsch mal. Zwei. Okay. Bin da. Ich gehe mal hier. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Wind. Noch ein paar Wind. Alter. Gelder. Hier sind ganz viele Vents bei mir. Und Springer. Ich glaube das ist ein paar Wents. Ich glaube auch. So. 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 Ich glaube ich nicht zusammen. Laufen. Bei mir ist ja so ein Tablet aber. Vielleicht sind die Tablets die richtige richtige Rechte. Okay. Wohin. ja nach dahinten war bestimmte wir sind der hengen jungen abkürzung ich auch nicht weil du kommst ja dadurch nicht weiter oder wenn du wieder wie start ist dann wie es da ist halt hier waren die sprung auch hier war ich ja eben auch schon hier sind auch wieder sporen wahrscheinlich brauchen wir die uns zu verlängern was sollen wir denn sonst hier machen alter ja die ist hier da entspannt sind ja von hier kommen es ist das denn warum soll man sollte das aussagen aber warum sollte das eine abkürzung gewesen sein war das sie die abkürzung bei mir ich glaube schon ja ich gehe da nochmal durch okay ich habe den weg nicht gefunden weil ich mein gehören will mich auch verarschen alter ja ich würde den anderen weg gehen ich habe vergessen wo er ist ich habe das ja 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 dann stimmst du halbtraum oder doch das ist wo wir wo der rückgang war das ist der weg wo man gestorben ist darunter gefallen ist politischen auf mir war die tüche nur offen ich glaube wir sind nämlich da wie wir sind da lang gegangen ja die tür geht hier auf trotzdem gucken was hier ist nix china natürlich barriere ja ich habe schon gedacht das ding zeigt uns wo das ist ok da ist die tür jetzt offen wieder nach drinnen nochmals sporen ich finde ich geil mit dem bewegungssensor wo ja 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 oh aber den kann man nicht auf der leuchtet auch wenn man wieder den geist raus nimmt ok wieder so ein ding das heißt irgendwo muss wieder ein hebel sein ja da geht das ding auf ja da war nur ein scorpion drin da ich habe es gefunden die tür ist offen und hier ist ein durchgang hier ist ein durchgang refreshen und dann da refreshen und dann ich komme nicht durch ich komme mal nach ich komme nicht durch ich komme mal nach da oben war das ja ich komme nicht durch ich komme mal nach ich tue ich alter kennst du den text ich bin dumm den hat also schon hat jemand schon mal gesagt den text between light ich weiß nicht wer es war okay für premiere money habe ich den shit jetzt aufgenommen okay ich denke mal dann ja warum sieht hier zwei von drei lichtern ja das mal dadurch was hier so abgeht weiter keter und kriegt man schaden wirst du machst bestimmt schon jetzt schon der ist jetzt wahrscheinlich unten ja der ist unten heute geht man schaden im feuer ich kann ja das aktivieren noch mal in der konsole hat für ein ding true and denied ich konnte da in dem feuerraum etwas aktivieren und dann habe ich das hier jetzt gebrochen okay hier haben wir da drin hier ist auch nochmal ein hebel okay und jetzt ist unten frei und unten kann man da marge machen in der irgendwo ist ja da rechts in der ecke hier kriegt man wieder schaden natürlich kann sich hoffentlich selber beleben hier auch wie ja jetzt muss man die dinge wieder Aktivieren. Ich aktiviere schon mal den hier. Nummer 1 aktiviert. Den dritten muss man nicht als letztes machen, dann stimmt man nicht in den Raum. Entspannt. Okay. Okay. Wieder Immun, dann wieder nach oben. Das gleiche nochmal. Und für die ist wahrscheinlich dann auch wieder ein Soloabschluss für den so einen Scheiß. Solo, Solo, Flawless, alles stinkt mal. Obwohl, die eine Sache war schwierig, glaube ich, alleine. Weißt du, wo mit dem Elektronetz, wo das dann nach einer Zeit wieder zu... Ich glaube auch. Ach toll, nein. Okay, das sieht gut aus. Ich hoffe, ich höre, dass sie das letztes machen. Jo. Wie war ich jetzt so Arschloch? Ich bin jetzt so Arschloch. ich bin schon sexy alter den raum kenn ich irgendwo ja ich glaube die won ja doch die 1 schiff aus der 1 das ist kate da ist es nicht nein das ist irgendwie glaube ich es müsste ich das nicht aus wie kate es ist irgendein guardian ja ich habe einige von dinge ja kann gut sein ich habe einige von den auch schon gesehen er geht damit das kotler her digga dachte man soll es von ihm nehmen durch den abschießen ja ein bisschen gedauert alter ich habe einen händel als müssen wir auch zu savala doch erst mal direkt x ok da steht jetzt nix mit solo und solo flott ist ich habe mir doch gar nicht anguckt ne sieht nicht genau aus sie wissen aus wie no land beyond aber das ist ein scout gewehr hat aber auch wieder random brawls das heißt wie hauptmann ok ist komplett ja ist recht find all pages an captains log ich glaube das sind die blauen tablets die mission hat master difficult dann gibt es echt wieder solo solo floor ist und glykon keine ahnung was glykon sind oder glues können auch die tablets auf jeden fall musst du viel 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 sammeln